Musik So, weißt du, wo das Krankenhaus ist? Ja, warum? Du nicht? Du hast Nerven. Die finden doch über einige liegen, als sich die Knochen zu brechen. Und noch ist ja nichts passiert. Denen passiert doch dauernd was. Die legen es doch darauf an. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich schon mit Ihnen beim Arzt war, seit wir in Bottenstedt sind. Na, kannst Ihnen doch deswegen mehr schaukeln. Ich verbieten Sie doch einfach nicht hin. Ich will es versuchen. Also, pass mal auf. Hier ans Haus kommen die Rosen. Ja? Das da wird Rasenfläche. Und rundherum pflanzen wir Blumen. Dahin kommt Goldmohn, Immortelle, Salien, hier Heliotop, Narzissen und ein paar Badnäcken. Da kommen Schneeglöckchen und Prokus. Na ja, ob wir das lassen, weiß ich noch nicht. Und dann vielleicht ein paar Wildtulpen und Lilien. Und vor allem vergiss meine Jungen. Was nimmst du als Eintritt? Wieso? Ja, was du da erzählst, das klingt doch wie eine Führung durch den botanischen Garten. Ach, verdirb mir doch die Freude nicht. Allein die Bücher über Gartenbau sehen schon so hübsch aus. Na ja, mein Schatz, das ist ja gut. Wundere mich ja auch nur, dass du auf einmal deine Liebe zu Blumen entdeckt hast. Die hatte ich doch schon immer. Na doch, ist doch nicht. Du hast doch Blumentöpfe nie ausstehen können. Zwischen Goldmohn und Rosen und einem verstaubten, fleißigen Lieschen ist ja auch ein himmelweiter Unterschied. Dass hier alles lebt, aber das wirst du sowieso nie verstehen. Sag nicht so wild! Und wie willst du das alles schaffen? Weiß ich nicht, mal sehen. Außerdem kannst du mir ja mal sehen. Oh nein, mein Schatz, nein, nein. Wenn ich von der Baustelle komme, ja? Dann möchte ich nur noch meine Beine ausstrecken. Ja, das Wichtigste bei der Gartengestaltung ist für mich der Liegestuhl. Na ja, irgendwo hast du sogar recht. Und was wir hier machen, ist ja doch nur für den Haus wert. Und für die Miete hätten wir längst schon... Ja, 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 allerdings. Robert, wollen wir nicht endlich anfangen zu bauen? Was denn hier in Bottenstedt? Ja, warum nicht? Ist mir doch längst klar, dass wir hierbleiben. Und warum denn nicht gleich im eigenen Haus? Ja, du, äh, du, ich... Ich hätte nie gedacht, dass du hierbleiben willst. Ich meine, mir kann es doch nur recht sein. Ach, schau dir das an. Was ist denn? Hast du dir wehgetan? Nee, überhaupt nicht. Was? Zeig mal her. Ach Gott, ach Gott. Ja, Ina, ist ja gut. Komm, das nächste Mal schau, geht er nicht so dort. Ina, pass mal auf. Du, ist das dein Ernst mit dem Haus? Ich bin doch schon eine halbe Lokalpatriotin geworden. Hast du es noch nicht gemerkt? Na ja, du, also, noch nicht so ganz. Aber morgen gehen wir auf Grundstückssuche, ist das klar, ja? Du bist aber wirklich süß. Ja. Und vor allem nicht so weit weg von der Zivilisation. Dann sollte man hier kein Haus hinbauen. Sondern? Ausrangierten Dampfer. Wieso? Dann schau dir doch mal den Teich an. Pass mal auf jetzt, pass auf. Hier, da. Der Boden gibt doch nach. Alles sumpfig hier. Morastiger Boden. Und darauf kann man nicht bauen? Natürlich kannst du bauen, aber am besten wir einen Pfahlbau. Also wenn dann jedem Grundstück was auszusetzen hast, dann kommen wir ja nie zu einem. Oh, man schau, du kostest ja das Fundament schon ein Vermögen. Ja, außerdem kriegen wir alle Räumer von der Feuchtigkeit. Das kann nicht sein. Warum nicht? Man nimmt doch gerade Moorbäder-Gegenräumer. Ja, ich glaube, wir schauen uns besser noch was anderes an, nicht? Du, das ist ja einfach hinreißend. Ja. Mami, hier finden wir bestimmt mal ein Regels. Das ziehen wir dann auch. Sicher. Und zum Mittagessen gibt's Wilde. Na klar. Das ist bis jetzt das schönste Grundstück, was wir uns angeboten haben. Aber vielleicht ein bisschen viel Bäume. Aber wenn ich hier abends mal allein sein muss, fühl ich dich nicht zu Tode. Durch den Wald träume ich nicht mal am Tag allein zu Fuß. Wir können doch immer mitgehen. Ja, mein Herbst, das kannst du machen. Du, Robert, hier verzichte ich freiwillig. Oh, du, das ist es doch aber jetzt, oder? Groß genug und jetzt passt einmal auf. Also, hier ist der Eingang. Du, kommt doch mal mit. Also, hier rechts ist die Küche. Ja? Und gegenüber ist die Kellertür. Daneben das Gästeklo. Robert, hörst du mir zu? Ja, ja. Und dann geht's geradeaus und hier ist der große Wohnraum. Natürlich mit Kamin. Die Fenster alle nach Süden. Und wenn man dann die Jalousien aufzieht, na, ist das eine herrliche Helle. Robert! Ich find's schön, ja, ja. Nun zeig uns mal das Obergeschoss. Ja, ja. Also, das geht im Moment nicht, weil da werden gerade die Böden versichelt. Ach so. Sag mal, Robert, wäre das nichts? Wie ist denn der Quadratmeterpreis? Hm. 25 Mark. Das ist doch geschenkt. In der Großstadt zahlst du das zehnfache. Ja, sag mal, dreifache. Dann kommen hier noch die Erschließungskosten zu. Wieso? Ist hier noch nichts? Nee, das würde ja dann hier drinstehen. Na, du, wenn du das zusammenzählst. Da kommt elektrisch Licht dazu, da kommt Wasser dazu, da kommen Kanonisationen dazu, da kommen Telefonen dazu, da kommen Wegebau dazu. Nee, nee, komm. Na, das lohnt sich wirklich nicht. Also. Ach, schade, Robert. Na, wenn du meinst. Wo wollen wir nicht für heute Schluss machen? So, bauen wollen Sie. Muss das denn jetzt schon sein? Na, irgendwann muss man ja anfangen. Je eher, desto besser. Da kann ich nur eine alte Monteurweisheit weitergeben. Man soll nie auf zwei Baustellen zur gleichen Zeit bauen. Wieso denn nicht? Sonst sind Sie fertig. Ausgequetscht wie eine Zitrone. Zwei Bauten. Das hält keiner durch. Na, na. Na, stellen Sie sich vor, Sie kommen abends nach Hause und statt dass Sie die Beine unter den Tisch strecken, geht der Ärger von Neuem los. Na, danke. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Na, sollten Sie aber. Ein knappes Jahr lang ohne Feierabend, das macht Sie bemerkbar. Wie wäre es denn mit dem Fertig aus? Na, nein, das will meine Frau nicht. Die sagt, wenn schon, warum dann richtig. Na, hat sie ja recht. Für Sie ist das. Du glänisch Abenteuer. Na, na ja, dann ist auch nicht daran zu denken, ein Haus zu kaufen, ne? Tja, ist natürlich eine Möglichkeit. Überlegen Sie es doch mal. Das kostet weniger Nerven. Und ist wie Ihre Frau außerdem auch ein ganz schönes Abenteuer. Ist doch nie die Idee. Ich habe da einige interessante Objekte an der Hand. Objekte für alle Ansprüche. In bester Lage. Also wir hatten an etwas gedacht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Keine Luxusvilla, etc. Das eigene Haus darf keine Belastung sein fürs Leben. Da machen Sie sich keine Sorgen. Man muss nicht Millionär sein, um ein Haus zu kaufen. Im Grunde brauchen Sie überhaupt kein Geld. Und Sie müssen sich auch nicht um den Papierkram kümmern. Das erledige alles ich für Sie. Du? Ja? Hast du was? Hm? Komfortvilla, beste Wohnlage, 1300 Quadratmeter parkähnlicher Garten, 200 Quadratmeter Wohnfläche, Ölheizung, zwei separate Eingänge, zwei Garagen, 260.000 Mark. Warum hast du die Übersicht verloren? Du, hier, ich habe was hier. Komm her. Doppelhaushälfte, Baujahr 1920, voll unterkellert, nur 88.000 Mark. Ha, hat bestimmt eine Macke. Wir wollen ja keine Klitsche kaufen, nur weil sie billig ist. Also, ich würde vorschlagen, wir suchen uns das Vernünftigste raus und schauen es uns erst mal an. Also, wenn das da nicht daneben stünde? Naja, du, aber ich glaube, da können wir ein bisschen runterhandeln. Naja, aber die Fabrik bleibt auch. Und wenn dann jeden Morgen alles mit einer Dreckschicht überzogen ist, ich glaube, da suchen wir doch besser weiter. Ist das die elegante Komfortvilla mit Freitreppe? Ja, scheint so. Baujahr 53. Ja, 1853. Aber der hat für voll und feucht unterkellert. Dann wollen wir mal ganz vorsichtig weggehen, damit das Ding nicht zusammenfällt. Ja. Natürlich fehlt eine ordentliche Heizung. Umgebaut müsste auch noch einiges werden. Ja, das müssen Sie sich schon erst mal gründlich ausrechnen. Ich kann von meinem Preis nicht runter. Sehen Sie mal, alles tipptopp. Kein Schwamm, kein Hausbock oder so etwas. Und immer im Familienbesitz. Äh, einbauen können Sie natürlich, was Sie wollen. Aber repariert muss nichts werden. Naja, lieber Stadts. Wir helfen uns doch noch mal, ja. Ja, warten Sie nicht so lange, wenn Sie ernsthaft drauf reflektieren. Da sind auch noch andere Interessenten. Ja, 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 ja. Ja, ein Hamburger Importkaufmann, der will das als Yachthaus umbauen. Und eine Versicherungsgesellschaft hat auch angefragt. Naja, das ist auch noch lieber Stadts. Noch mal. Gut, Sie wissen also Bescheid. Wiedersehen. Wiedersehen. Du, Robert. Ja. Das Haus gefällt mir wirklich ganz gut. Schau, es passt in die Gegend, ist groß genug. Und vor allem tadellos erhalten. Und aus dem Zimmer, hier unten aus den beiden, könnten wir einen schicken Wohnraum haben. Also noch gehört es uns nicht. Also wenn es nach mir ginge, recht bald. Robert, das ist kein 0815 Haus. Sogar mit eigener Wasserversorgung. Na ja, ein eigener Brunnen, direkt vor dem Haus. Ein komplettes Leitungssystem mit Pumpe. Und drinnen fließt klares, frisches Quellwasser aus der Leitung. Sag mal, seit wann schmerzt Sie denn so fürs Naturreine? Erstens sind es gesünder, zweitens billiger und der Tee schmeckt viel besser als mit diesem ekligen, geklurten Zeug. Also überschlafen können wir schluss auch wenigstens noch mal, nicht? Robert? Robert? Ja? Was ist denn los? Dass du so ruhig schlafen kannst, wenn wir ein Haus kaufen wollen. Ja, du, äh, entschuldige, ich bin eben müde, nicht? Aber wie spielt es denn? Gleich fünf. Ach, du, lass mir in Ruhe. Ich kann nicht mehr schlafen. Du sag mal, kaufen wir das Haus? Du kannst mir diese Frage nicht noch mal stellen, wenn ich aufgewacht bin, du. Also ich würde es für besser halten, wenn wir den Lüberstedt noch ein bisschen schmoren lassen, nicht? Vielleicht geht er dann runter am Preis. Du hast einen, Herr Affen. Vielleicht schnappt uns inzwischen der Importkaufmann das Objekt weg oder die Versicherungsgesellschaft. Lass mich doch mit dem Objekt in Ruhe. Entschuldige, Haus. Du, Robert, sehen wir es uns noch mal an. Ja, meinetwegen. Ja, aber dann komm auch. Komm. Was, was denn jetzt? Natürlich, am Tage hast du doch keine Zeit. Und ich will das Haus nicht immer nur am Abend sehen. Hörst du noch eine Stunde schlafen können. Na und, ist ja schon ganz hell heute eben nicht. Morgenstund hat Gold im Mund. Nun los, nun komm schon. Süß, nicht? Ja, ist ja dafür auch ziemlich teuer, nicht? Ach, das schaffen wir doch. Mehr als eine Großstadtmiete müssen wir ja nicht zahlen. Und denk an den Riesengarten. Wir werden richtig Selbstversorger mit Obst und Gemüse. Und die Kinder sind nur noch draußen. Du, und ich werde nie wieder im Leben nervös sein. Wenn das so ist, mein Schatz, dann kaufe ich es natürlich. Und du hast es auch nicht weiter zur Baustelle als jetzt. Ja, das machen wir. Ach, du Dörner. Ach, du Dörner. Was soll ich sehen? Hadasch, hierher. Hadasch. Geh rein. Hadasch. Hierher. Morgen, Entschuldigung, hier sind es, die Sonntags. Ach, süßens. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, waren wir für die Zeit verabredet? Nein, nein. Wir wollten uns das Haus noch mal bei einer anderen Beleuchtung anschauen. Wir, glaube ich, haben uns nämlich entschlossen, es zu kaufen. Dina. Na, da gratuliere ich mal. So Dämmensschloss. Na ja, aber ich glaube, wir müssen uns ja noch über ein paar Einzelheiten einigen, nicht? Na, das will ich doch hoffen. Sagen wir doch zunächst dem Makler Bescheid. Na ja, gut, dann machen wir mal, ne? Das lobe ich mir, liebe Frau. Die schnellen Entschlüsse sind immer die besten. Bitte, nehmen Sie doch schon mal Platz. Bitte sehr. Danke, Herr Mann. Danke schön. Frau Lehmüller. Ja, bitte. Versuchen Sie doch mal privat bei Herrn Konsul Wiegand. Ja, sofort, Herr Bürot. Ja, der guten Form halber muss sich Herr Konsul Wiegand von Ihrer Entscheidung verständigen. Moment doch, was hat denn der damit zu tun? Herr Konsul Wiegand ist ebenfalls ernsthaft an dem Objekt interessiert. Ach, der gibt es wirklich? Ja, natürlich. Da dachten Sie etwa, wir hätten versucht, Sie mich, die Strommännern zu beeinflussen. Nein, nein, Herr Sonntag. Mit solchen faulen Tricks arbeiten heutzutage nicht einmal die schwachen Schafe. Wir haben doch aber zuerst zugesagt. Natürlich, Herr Gifrau. Äh, entschuldigen Sie bitte. Bitte nehmen Sie doch noch mal Platz. Frau Konsul Wiegand ist am Apparat. Ja, in Rot. Ah, guten Morgen, Herr Gifrau. Ja, ich habe schon versucht, Ihren Herrn Gemahle im Geschäft zu erreichen, aber man sagte mir doch... Ja, ich verstehe. Tja, aber dann dürfte das Objekt bereits verkauft sein, Herr Gifrau. Ja, aber natürlich. Ich werde Ihrem Herrn Gemahle auch weiterhin Angebote unterbreiten. Verbindlichen Dank, liebe Frau. Auf Wiederhören. Tja, Herr Konsul ist verreist auf Geschäftsreise nach Argentinien. Er kann frühestens in 14 Tagen das Haus besichtigen. Damit gehört das Haus praktisch Ihnen. Herzlichen Glückwunsch. Robert, nicht zufrieden. Lass Sie doch mal. Heute dürfen Sie so. Also, das neue Haus. Voll, voll, voll. Prost. Schmeckt wie Brause. Brause ist besser. Was ist das? Mami, warum ziehen wir um? Ja, ich weiß nicht, wie lange die Handbacher brauchen, aber Weihnachten sind wir bestimmt drin. Hoffentlich mit elektrischen Kärzen bei dem Strohdach. Du weißt, dass ich die nicht leiden kann. Ich dachte, in der Maus wollten wir alt werden. Das werden wir auch, Prost. Na, großartig. Ich kann so lieben. Diese Maus findet sich meine Frau sogar mit Borten schneller. Hat sie mir wenigstens versprochen. Aber mit dem Einkaufen klappt das inzwischen. Na ja, der Kaufmann hat sich schon so ein bisschen auf ihre Extra-Wünsche eingestellt. Außerdem fährt sie ja jede Woche nach Kröderburg. Da bekommt sie alles, was ihr Herz begehrt. Wie steht es mit dem Maus gehen? Och ja, da gibt es doch die Tournegas-Spiele und die Boncerte. Und außerdem zu Hause ist es auch ganz schön. Moment. Ja, ist da. Für Sie. Ja, danke schön. Entschuldigung. Sonntag? Was? Ich verstehe nicht. Ja, wieso denn? Ja, aber es hätte Ihnen doch früher auffallen können, oder nicht? Ja, das gibt es doch nicht. Was? Ja, wann denn? Ja, ja, gut. Ich rufe dann nochmal an. Ist das eine Bescherung? Schwierigkeiten? Der Notar hat mir gerade mitgeteilt, dass der ganze Kaufvertrag nochmal geändert werden muss. Wieso denn das? Ach, wie ich verstanden habe, hat uns Herr Lüberstedt zwar das richtige Haus verkauft, aber das falsche Grundstück. Gibt es denn sowas? Ja, offenbar. Die Wiese, auf die die Grundstückbezeichnung zutrifft, die liegt ganz woanders als das Haus. Wie kann denn sowas passieren? Ach. Ist ja ein Ding. Ob er das mit Absicht gemacht hat? Na ja, gut, so sollte er. Er bekommt das sein Geld nur später. Die Bausparkasse bezahlt doch nur dann, wenn alles in Ordnung ist. Ich bin gespannt, was meine Frau dazu sagt. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Was? Das Haus ist nämlich eine Klitsche, verstehst du? Nein. Sämtliche Wasserleitungen frieren im Winter ein. Woher weißt du denn das? Ja, so hat es mir erzählt. Und Lüberstedt muss das wohl oder übel zugeben. Ich habe ihn vorhin angerufen. Sämtliche Leitungen sind schlecht isoliert und müssten alle erneuert werden, verstehst du? Ach du Donnerwetter. Das kann natürlich teuer werden, du. Viel zu teuer. Ich habe es mal durchgerechnet. Aber jetzt sind wir ja Gott sei Dank den alten Kasten wieder los. Nee, nee, nee. So einfach ist das auch wieder nicht, du. Wieso? Gilt der Vertrag nun oder nicht? Na ja. Also wenn man es genau nimmt, dann haben wir jetzt ein Haus ohne Grundstück, nicht? Und eine Wiese ohne Haus. Theoretisch. Praktisch ist das, glaube ich, nicht möglich, du. Na siehst du, und wenn wir der Änderung nicht zustimmen, dann kann Lüberstedt sich sein Haus an den Hut stecken. Ja, was denn um das Geld, was wir reingesteckt haben? Die paar Mark wären wir zur Not noch verpackt. Die paar Mark, das sind inzwischen 7000, du. Ich habe doch den Makler auch schon bezahlt. Dann müssen wir eben noch mal ernsthaft mit Herrn Lüberstedt reden. Ja. Mich hat es nie gestört und meine verstorbene Frau auch nicht. Aber uns stört es sehr sogar. Wir haben zwei Kinder und wir brauchen auch im Winter fließend Wasser. Aber es gibt doch so viele Mittel, dass die Leitungen nicht einfrieren. Und außerdem können Sie sie ja isolieren lassen. Na dann, Prost. Also um das einmal klarzustellen, lieber Herr Lüberstedt, wir sind keine Millionäre. Wir haben ein Haus gekauft, in einem guten Glauben nur noch ein paar Schönheitsreparaturen durchführen zu müssen. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass die ganze Installation kaputt ist, dann ist das einfach mehr, als wir bereit sind zu machen. Na ja, du, Kurz, wir verdienen keinen Wert auf einen neuen Vertrag. Prost. So einfach ist das nicht, da? Oh doch, doch, so einfach ist das. Das habe ich bei einem Juristen in unserer Firma gepumptlicht. Es sind doch Kosten entstanden. Na eben, genau. Und darüber wollen wir jetzt mit Ihnen reden. Tja, dann müssen wir doch wenigstens den Makler oder einen Fachmann dabei haben. Warum denn? Das hat doch noch eine Menge Zeit. Wir sollten doch erst mal versuchen, uns auch direkt im Weg zu einigen, oder? Worüber denn? Sie haben doch gar keinen Grund, den Vertrag jetzt zu kündigen. Der ist doch rechtskräftig unterschrieben. Ja, wenn Sie meinen, Sie können ja gegen mich prozessieren. Aber die Sache mit dem falschen Grundstück, die reicht nicht aus. Mich trifft keine Schuld. Und ich bin keinesfalls mit einer Lösung des Vertrages einverstanden. Ich bin hier gespannt, was der Notar dazu sagt. Die Rechtslage erscheint in Ihrem Fall nur auf den ersten Blick kompliziert. In Wirklichkeit ist sie ganz einfach. Es gibt ein Urteil des Bundesgerichtshofes, in dem heißt es, haben die Vertragsparteien dem Urkundentext übereinstimmend eine irrige Bedeutung beigemessen, und so weiter, und so weiter. So gilt das Gewollte und nicht das Erklärte als beurkundet. Ja, und was heißt das für uns? Ja, dass der Kaufvertrag wirksam ist. Die Änderung ist lediglich eine Formsache. Also ich möchte dazu feststellen, dass ich keinesfalls falsch bereit bin, diese Änderung zuzustimmen. Also, für mich ist der Kaufvertrag hinfällig. Ja, Herr Leverstel. Ich werde einverstanden. Lösen wir doch einfach den Vertrag, oder wie das juristisch eben nötig ist. Ich habe keine Lust, mich hier darum zu streiten. Ja, aber vorausgesetzt, sie übernehmen die Kosten, die uns dadurch entstanden sind. Ich habe mich da erkundigt, also nach Lage der Dinge könnte ich sie dafür haftbar machen. Ja, das ist noch sehr die Frage. Aber wie gesagt, ich will nicht streiten. Sagen wir, halbe, halbe. Nein, nein, darauf kann ich mich keinesfalls einlassen. Also, Robert, du bist ein Held. Du hast gepokert, also wirklich. Toll, wenn wir mit einem Viertel der Kosten wegkommen. Das ist ein Grund zum Feiern. Aber Ina, das war doch gar nicht so schwer. Als ich merkte, dass Leverstedt man Schetten bekommen hat, habe ich... Hast du eigentlich kapiert, wieso der plötzlich seine Meinung so völlig geändert hat? Ich meine, ich war erst ganz perplex. Ich wusste gar nicht, was los war. Ich meine, vorgestern war er doch noch wild entschlossen, uns als Käufer zu behalten. Ich meine, das ist ganz komisch. Immer wenn man den Leuten nicht nachgibt, da funktioniert es auf einmal. Dein Beang ist vor dem Prozess. Also, Prost. Prost. Oh. Ah, guten Abend, der Linger. Ah, Herr Sonntag, gut, dass ich hier treffe. Danke, Frau. Ich habe eine Neuigkeit für Sie. Ach so, wollen Sie sich nicht setzen und ein kleines Glas Sack mit uns trinken? Ja, aber über den Augenblick gerne, wenn ich es hören. Setzen Sie sich doch. Also, passen Sie mal auf, Herr Sonntag. Ich spreche da heute Nachmittag mit... Entschuldigen Sie bitte, äh, drei Gläser noch. Also, ich spreche mit dem Oberpolier unserer Baufirma, dem Herrn Scharmholz. Sie kennen ihn, ja? Und da erzählt er mir, dass er für seine frühere Firma den Auftrag bekommen hat, ein altes Bauernhaus hier umzubauen, für einen Importkaufmann aus Hamburg. Na, also, ich frage da noch so ein bisschen weiter und da merke ich plötzlich, das ist ja Ihr Haus. Was sagen Sie dazu? Na, Herr Krammer, der will ich Sie gratulieren. Wozu? Na, hören Sie mal, es muss doch jemand was dafür gegeben haben. Entweder der Kaufmann, der so verrückt nach dem Haus ist, oder der frühere Besitzer. Der muss doch ganz selig sein. Sie wollten ja ohnehin aus dem Vertrag. Ja, pass auf, mir wird ganz schlecht. Ach, deshalb war der so scharf darauf, den Vertrag wieder rückgängig zu machen. Angst vor einem Prozess, dass ich nicht lache. Robert, das wäre das Geschäft unseres Lebens gewesen, wenn wir das Haus behalten hätten und es dann gleich wieder weiter... Na eben, das meine ich doch. Na, bitte, jetzt hört Sie auf, ja. Ich verstehe was von Turbinen gut, aber nicht von Häusern kaufen. Tja, also, um mal anstoßen, nicht? Prost. 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 Also, sehr zu Prost. Richtig cleverer Hund, dieser Lüberstedt. Manschetten vor uns. Ich dachte schon, wir hätten uns in ihm getäuscht, aber der hat ja richtig Katz und Maus mit uns gespielt. Was denn? Haben Sie wirklich nichts dabei verdient? Ach, kein Pfennig. Ich war ja schon froh, dass du darauf eingegangen bist, mich aus dem Vertrag zu entlassen. Ich meine gegen die Zahlung von einem Viertel der entstandenen Kosten. Na ja, meine rechtliche Situation war auch nicht besonders. Ärgern Sie sich nicht. Versuchen Sie doch, ihm etwas von dem Viertel abzuhandeln. Ja. Das ist eine gute Idee. Tja, ich werde es versuchen. Nun, das ist alles vorher gewusstet. Ich dachte schon, wir müssten unseren Erfolg feiern. Tja, feiern wir eben eine neue Erfahrung, nicht? Na schön. Anna, mach ernst. Du, ich glaube, wir müssen nach Hause, die Kinder sind allein. Klar, endlich. Ausgerechnet heute kommt dieses Spiel. Wieso, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Hör, wir können doch nicht. Was ist denn los mit euch? Der ist ja wirklich klar. Alles Glückwünsche zum neuen Haus. Schau dir doch das an. Die sind von Oma und die sind von Herrn Martin. Herr Martin? Das ist ein Telegramm von Tims. Die anderen kenne ich nicht. Da siehst du, da hat es sich doch wenigstens etwas gelohnt. Oh, schau mal. Zwei fleißige Ligli. Au. Du hast es gut gemacht. Aber auch ein Tierarzt. Das hat ja noch nicht. Nein, nein, nein. 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 Musik Musik